Musik Mein Name ist Nikolaus Kafka, ich bin 51 Jahre jung und bin Geschäftsführer der Zylke Österreich. Zylke ist ein Innovation Service Provider mit Schweizer Wurzeln. Ich leite den österreichischen Standort und wir unterstützen unsere Kunden dabei, innovative Produkte, innovative Services zu entwickeln. Ich würde Ihnen gerne die Geschichte rund um diesen Ausweis erzählen. Sie sehen auf dem Ausweis ein jugendliches Bild von mir und viele zyrilische Buchstaben. So schaut der aus. Und der Ausweis ist ein sogenannter Propusk, also ein Passierschein zu einem russischen Kernforschungszentrum. Und ich habe in Russland 1994 bis 1995 meine Diplomarbeit als Physiker gemacht, habe ursprünglich in Wien zur Schule gegangen, wollte eigentlich in die Geisteswissenschaften gehen, habe mir unterschiedliche Vorlesungen angehört, eine darunter Erkenntnistheorie. Und ich bin da im Hörsaal gesessen und habe mir gedacht, das, was ich jetzt eigentlich da höre, das entspricht dem Weltbild vor Einstein, vor der Relativitätstheorie. Ich muss Physik studieren, da spielt die Musik, da werden die Grenzen der Erkenntnis neu definiert und habe dann relativ bald umgesattelt und habe an der TU Wien inskribiert und Technische Physik studiert und habe mich auf Quantenfeldtheorie spezialisiert. Die Wissenschaft, wie die Materie sozusagen im Inneren funktioniert. Und dann kam es im zweiten Abschnitt eben zu den Diplomarbeiten und alle meine studierenden Kolleginnen und Kollegen sind irgendwie nach Deutschland oder nach Italien oder in die USA oder UK gefleucht und ich habe mir gedacht, ich möchte gerne was tun, was mich ein bisschen out of context bringt und auch meine persönliche Entwicklung beflügelt und zweitens Physik ist ja auch als Sprache komplett universal und ich muss jetzt eigentlich, ich kann jetzt irgendwo hinfahren, wo ich die Landessprache nicht sehr gut kann und habe ich für eine Stelle bei dem russischen Kernforschungszentrum Dubna in der Nähe von Moskau beworben. Das war 1994, also zwei Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und jetzt muss man wissen, dass Dubna ein bisschen ein geheimnisvoller Ort war. Dubna war in den 50er, 60ern quasi der geheimnisvolle Think Tank der russischen Physik, war auf keiner Landkarte zu finden, also Ausländer durften da überhaupt nicht rein und man hat schon gewusst, da sind sehr gute Leute, aber was es eigentlich genau ist, das war komplett unklar. Und ich habe dort meine Diplomarbeit gemacht, habe gelernt, dass ich in sehr schwierigen Umständen trotzdem in der Lage bin, Ergebnisse zu erzielen, also ich kann mich erinnern, ein Schuh war kaputt, das hat mich ungefähr eine Woche gekostet, den Schuh reparieren zu lassen, war echt das Problem, es hat viel Schnee gegeben oder auch die Knappheit vom Papier hat uns alle sehr beschäftigt. Und bin dann wieder von Russland nach Österreich zurück und habe mir gedacht, ich möchte gerne etwas Praktischeres machen und das Praktischer hieß, dass ich ein Kurt-Gödel-Stipendium vor Artificial Intelligence bekommen habe und im Auftrag der Europäischen Union Textanalysen in Textdatenbanken gemacht habe. Also heute würde man sagen Artificial Intelligence respektive eigentlich Computerlinguistik. Und so habe ich zwei Jahre in Italien gearbeitet und bin dann frischgebacken, promoviert wieder zurückgekommen und wurde angeworben von einem Wiener Startup, das in den letzten Wellen der Dotcom-Blase gesurft ist, leider nicht mehr kurz, und das geschafft hat, von Intel beauftragt zu werden für die Comtex 2000, also damals die weltgrößte Computermesse, eine Wissensmanagement-Lösung als Showcase für den damals neuen Pentium 4 zu entwickeln. Also Intel beauftragt Wiener Startup, gegründet von Architekten mit einem Showcase für den Pentium. Super Sache. Und mein Job war es, diese Wissensmanagement-Lösung weiterzuentwickeln und vor allem auch zu kommerzialisieren. Und so habe ich in relativ kurzer Zeit, the hard way, sehr komprimiert, manchmal auch relativ anstrengend, einfach die Business Skills erworben, die ich dann eigentlich im weiteren Lauf meiner Karriere ausbauen konnte. Ich bin dann einige Jahre in Hagenberg gewesen, war da schon als Unternehmer tätig, habe einen IT-Dienstleister aufgebaut und bin dann 2011 zu Zylke. Und Zylke ist eben mehr als ein IT-Dienstleister. Ich wollte eigentlich immer Dinge tun, die wirklich für meine Kunden Wert bringen, die mit denen schlussendlich Kunden Geld verdienen können. Und Zylke mit diesem breiten Ansatz als Innovation Service Provider war da für mich vom Geschäftsmodell her extrem attraktiv. Und in den letzten Jahren mit der zunehmenden Digitalisierung in Österreich ist eigentlich das, was wir als Unternehmen tun, auch immer wichtiger, relevanter geworden. Ich möchte sagen, ich habe die Entscheidung nie bereut. Und wir sind jetzt mit knapp 80 Mitarbeitenden hier in Wien sozusagen an der Mitte des Weges angelangt. Also mein größtes Vorbild und auch mein Mentor ist der Professor Bruno Buchberger, der mittlerweile ein betagter emeritierter Professor auf der Johann Kepler Universität in Linz ist. Und Buchberger war witzigerweise in Dubna vor mir der letzte Österreicher. In den späten 60ern, Anfang 70ern muss das Russ gewesen sein. Und als ich in Dubna war, wurde ich also fortwährend von betagten Russen auf den Bruno Buchberger angesprochen, ob ich den kenne. Die Russen haben offensichtlich geglaubt, dass alle Österreicher einander kennen. Und mir war klar, das dürfte irgendwie ein interessanter Typ sein. Buchberger hat in den späten 80ern ein desolates Schloss in Hagenberg übernommen, in einer sehr strukturschwachen Region im Müllviertel gelegen und hat in diesem Schloss einen Think Tank gebaut rund um das Jahrzehnt. Und aus diesem Think Tank ist mittlerweile ein Ort mit vielen hundert Arbeitsplätzen geworden. Und Buchberger, obwohl er wirklich einer der größten österreichischen Mathematiker ist, hat eigentlich immer darauf gedrängt, die Kompetenz zu entwickeln, schwierige Dinge einfach und überzeugend zu formulieren. Das ist ihm das Allerwichtigste. Und einer seiner Buchtitel heißt Mathematik, Meditation und Management. Und ich glaube, er ist eine prominenteste Vorlesung auf der Uni, hat den stolzen Titel Thinking, Speaking, Writing. Das heißt, da geht es darum, wie erkläre ich schwierige Dinge als Wissenschaftler so, dass ich andere damit überzeugen kann. Und das hat mich extrem geprägt. Also ich sehe mich nach wie vor als Vermittler zwischen der Sprache der Technik auf der einen Seite der Sprache der Naturwissenschaft, der Sprache der Mathematik, Informatik, Physik und auf der anderen Seite dem, womit unsere Kunden schlussendlich Geld verdienen. Und das ist für mich eine sehr spannende Aufgabe und vielleicht auch so etwas wie ein Lebensmotto geworden. Also da gibt es eine lange Liste, die ich da jetzt nicht vor der Kamera sagen möchte. Aber eine Sache, die ich mir selbst nicht zugetraut habe. Ich habe immer mit dem Wassersport geliebärgelt und habe einen Kollegen im Vertrieb, den Andreas Pfleger, und habe mit ihm letztes Jahr einige lange Autofahrten zurückgelegt. Und der Andreas Pfleger hat mir erfolgreich den Floor ins Ohr gesetzt und gesagt, wenn das Wetter wieder schön ist und der Lockdown vorbei ist, dann zeige ich dir Stand Up Paddeln. Das Problem war, der Lockdown war im Mai vorbei, aber es war irrsinnig kalt und wir waren im Mai, also er war angezogen, ich war natürlich in der Badehose, weil ich schon gewusst habe, was passiert. Wir waren beide im Mai auf der Alten Donau in Wien und er hat mir Stand Up Paddeln gezeigt. Ich bin oft ins Wasser gefallen, es war furchtbar kalt, aber seither bin ich Stand Up Paddler und habe mittlerweile auch ein eigenes Board gekauft und fahre so wie der Wilde durch die Gegend. Ich finde die Idee extrem charmant und mir hätte es als junger Absolvent extrem geholfen, Unternehmen kennenzulernen über eine persönliche Geschichte, die vom Management erzählt wird und ich möchte das gerne unterstützen. Also diese Lampe hat mich angesprochen, eigentlich mit der Assoziationskette. Ich habe zunächst an den Heizstrahler oder an den Radiator gedacht und habe mir gedacht, okay, der Heizkörper, der strahlt die Wärme und diese Lampe schaut genauso aus, wie strahlt das Licht. Das hat auch einen Bezug zu unserem Unternehmen, weil wir als Innovation Service Provider oft Innovationen aus etablierten Branchen nehmen und in andere Branchen transferieren, als Cross-Industry Innovation. Und diese Lampe ist jetzt für mich auch so ein bisschen ein Beispiel für Cross-Industry, vom Heizkörper zur Lampe.